Sie können den Energiefluss und den Energieverbrauch Ihres Fahrzeugs auf Ihrem Multimedia-System Open A-Link anzeigen lassen. So können Sie Ihren Energieverbrauch besser steuern. Wählen Sie bei stehendem Fahrzeug auf Ihrem Multimedia-Bildschirm den Bereich Fahrzeug und dann das Menü Elektrofahrzeug. Auf der Registerkarte Energie zeigt Ihnen das System den Energiefluss Ihres Fahrzeugs an. Das heißt, wann es Energie verbraucht und wann es Energie für die Batterieladung rückgewinnt. Wählen Sie Verbrauch, um die dynamische Verfolgung Ihres Energieverbrauchs in Form eines Diagramms anzuzeigen. Es stellt den durchschnittlichen Energieverbrauch Ihres Fahrzeugs pro Minute in den letzten 30 Fahrminuten dar. Außerdem zeigt es die zurückgelegte Strecke sowie den Energieverbrauch durch die Klimaanlage und andere Elemente an.